Juhu. Ja Freunde, ein kleiner Freudensprung, denn ich bin wieder hier im DAX-Haus 3. So, ich weiß, dass ich letztes Mal diese Scherben eingesammelt hatte. Naja, laber nicht. Ähm, und zwar ich kann jetzt hier mein Schwert noch einmal wieder verstärken. Das macht dann von 239 auf 260. So, jetzt sind wir hier auf Stufe 4. Oh nee, jetzt brauche ich 4 von diesen T-Sendik-Scherben. Wow. Alles klar, das heißt... Ja, ja, ja. Das heißt, jetzt können wir noch mehr Schaden machen. Hahaha. So. Dann geht es wieder zurück. Und zwar hierhin. Verwaiste Gruft. Tja, nachdem ich ja letztes Mal auch diesen einen Boss besiegt habe, ohne ihn zu besiegen. Der einfach durch die Watt gefallen ist und, ja, auf einmal weg war. Deswegen, äh, freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt, äh, hier bin und, ja, wo muss ich denn hin? Diese Richtung hier? Ah, da ist da noch was. Ähm. Augenbinde des alten Weißen und ein Hexenring. Ähm. Moment. Lass mir mal gucken. Äh. Äh, Augenbinde des Weißen. Ist das hier irgendwo zufällig? Ähm. Nö. Ähm. Vielleicht als, so was wie ein Helm oder so was. Warte mal, hier sind die Steine. Nein, hier nicht. Äh. Gut, die Dinger hier, die Schriftbank kann ich noch nicht loswerden. Ähm. Wo, hallo, 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 wo ist denn das hier? Meine Güte, nochmal. Hut, Klägerhut. Augenbinde des alten Weißen, genau. Äh, ja. Gut. Das muss ich jetzt nicht haben. Und dann gab es noch einen Ring. Ähm. Milchring, ne hier, Hexenring. Hashtag Pyromantie enorm. Aha. Okay, dann. Kann ich den ja mal benutzen. Aber was nehme ich denn dafür weg? Vielleicht den blauen hier? Äh. Äh. Oder den roten hier? Ich nehme mal den roten erst mal weg. Und mach davon mal den Hexenring rein. So. Alles klar. Dann, kann ich ja weitermachen. So. Das war die Ecke. Ähm. Das muss ich erst mal gucken. Wo kam ich denn jetzt hier nochmal hin? Ähm. Bin ich denn überhaupt richtig, wo ich hinwollte oder so? Ähm. Was war denn das im Geräusch? Ähm. Ich war doch als letztes bei den Boss, wo ich da diese, ähm, Leiter, hätte ich fast gesagt, die Brücke runtergegangen bin bei dem Boss und überhaupt und dann, ich wollte da erst mal weitermachen. Oh Gott. Alter, was ist denn das für ein Krach da, Mensch? Äh. Hä? Das hier sind, wie bin ich jetzt hier nach dem Feuer hingekommen? Hä? Das eine ist da oben. Wieso bin ich hier jetzt hier? Äh. Im Moment, sag mal, das ist gar nichts. Hä? Wie jetzt? Warte mal. Ähm. Ähm. Erst mal weg mit euch. Gut. Die muss man zweimal machen. Na komm. Noch einer. Aha. Das kommt auch wieder hoch. Moment. Äh. Äh. Jetzt kommst du dran. Warte mal. Warte mal. Hallo. Dreh dich nicht. Ähm. Okay. Okay, glaube ich nicht so. Ähm. Im Moment komme ich da noch nicht so ganz mit klar, wieso ich jetzt hier bin, wo ich hier bin. Warte mal. Warte mal, war das hier nicht? Doch. Hier war. Das war der Boss, oder? Ja. Ja. Hallo. Wo ist denn? Moment. Wieso sind die Brücke wieder heil? Hä? Die war doch kaputt. Äh. 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 Genau hier war der Boss, oder? Ich weiß, ich kann dir so einen Knochen nehmen, oder? Hallo. Sag mal, geht's noch gut hier, oder was ist das hier? Oder was ist das hier? Das gibt ja auch noch keine Seelen. Warum muss man euch den doppelt machen, ey, jetzt doch. Äh. So. Hier habe ich auch schon abgeklopft, ne? Wieso kommt der denn jetzt wieder hoch? Hier war doch schon alle dran. Ihr seid komisch. Ja, genau. Moment. Hä? Also, ich verstehe das jetzt im Moment wirklich gar nicht. Äh. Merkwürdig. Naja. War ich letztes Mal wirklich hier hingelaufen? Zum Feuer? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Aber, ich muss ja. Sonst, äh. Wäre ich da gar nicht hingekommen. Ich geh mal einen nach vorne. Also zurück, irgendwie. Da möchte ich jetzt noch nicht hin, wo ich vorher war. Ähm. So, hinter mir ist das Gitter. Wir reden das Gitter aus Salz. Dann hätten wir ein Salzgitter. Ahaha. Oh Gott. So. Hier kommt die Glasmurmel. Oder so. Mann, die kommt zurück. Okay. Dann muss ich mich hier mal ein bisschen umzugucken nochmal. Äh, was sagst du? Eine Seele. Zack. Und. Halt nichts. Hi. Rotauge. Kennt ihr mich noch? Ich glaube ja. Alter, gehst du weg hier. Hehehe. Dann will er mir den Weg versperren. Aua. Schmeiß er mir seine Giftmesser. Der Freche. So. Äh. Hier hoch. Ich bleib mal auf meinem Weg hier, den ich schon kenne. Da fühl ich mich sicher. Denn wer weiß, was geschieht, wenn ich da wirklich mal über die Brücke gehen sollte. So. Und. Heb. Ist hier hinten immer noch mal was, ne? Merkwürdig. Da bin ich unten am Feuer irgendwie angekommen. Ich weiß auch schon gar nicht mehr. Wie ich da hingekommen bin. Und kaputt. Yeah. Der fällt mir runter. So. Das ist seltsam. Jetzt habe ich ja da unten. Dann. Ähm. Das Feuer. So. Jetzt kann ich ja hier oben mal gucken. Hier sieht das so merkwürdig aus. Alles von der Ketten. Ähm. Okay. Dann lassen wir sehen. Hm. Immer wieder mal gucken, ob hier eine Falle ist. Vorsicht, Vorsicht. Aber hier scheint nichts zu sein. Aber manchmal ist er nie. Ähm. Hm. Und? Was ist mit dir? Nix. Was habe ich hier? Kelch berühren. Dann beruhig mal den Kelch. Hm. 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 Da kommt die Dunkelheit. Hm. Da kommt die Dunkelheit. Die Dunkelheit verschlingt mich. Äh. Äh. Okay. Hallihallo. Oh weia. Uah. Äh. Ähm. Au weia. Ähm. 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 Okay. Au. Ähm. Die Hand kommt. Warte 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 warte. Ach vorbei. Oh. Lass an Atem da in deinem Maul drin nehmen. Du stinkst hier so fürchterlich nach was auch immer. Was macht er jetzt? Oh. Oh. Ähm. Er bewegt sich. Er bewegt sich. Er bewegt sich. Und verstärkend. Wah. Kommt. Aua. Alala. Ja. Bist du denn behämmert? Oh. 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 Mann. Was machte hier? Ich bin schon wieder. Mann. Warte. 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 Geh mir deine Hand hier. Ha. Der hat schon vorbeigehauen. Oh Backe. Ui hat es geblitzt. war's das wow der war ja gar nicht so schwer okay waren noch drei gerippe oder so einer mit dem rad hat der rad ab und naja der war unternehmen verzieht sich wieder oder die dunkelheit okay ein bus jetzt bis auf geht ja wieder nach oben vielleicht an die fröse luft oder so raus aus diesen stinkenden etwas aus dieser gruft hier mit dem neben der hergestellt ja super und gleich ein leuchtfeuer und mal eben 24.000 ach wenn ich vielleicht ganz voll hier so na schön und hier ist noch nichts mehr ein boss gleich beim ersten mal besicht super und das ist ganz alleine wir wollen wir durch machen alles kaputt aber hier kann echt nichts zu sein gut alles klar dann schaue ich mal was hier oben ist geht noch wer das ist alter was ist mir jetzt aber ja da unten ist wasser wie es aussieht hoffen dass es wirklich nur was also nicht so was giftig ist und ein wald und gebäude und eine stadt wir kommen in eine stadt an gleich noch ein feuer haben wir doch gerade hier neu was ist denn hier nix nö na schön dann gehen wir hier über die brücke bringe eine puppe um passieren zu dürfen aha was ist denn das denn für ne so war was wer bist du denn wer wo kommt da habe ich doch nicht nach mir jetzt macht er die unsichtbar wie frech bist du denn hallo hammer knochen na gut aber der typ ist hier weg wieso ist der weg äh jene die keine puppe mit sich führen dürfen nicht mehr ok was denn für eine puppe wo gibt es denn hier eine puppe kann ich die kaufen muss ich die irgendwo finden sieht doch sehr schön aus hier ey mitten im winter alter ist das riesig hier und da unten aber wo ist der hund hin oder was das da sein soll ähm äh hallo seltsam gut vielleicht komm da irgendwann mal wieder aber aber ich kann da nicht durch ich brauche irgendeine puppe wo die auch sein soll keine ahnung ähm ja dann kann ich jetzt erstmal da hin wo ich eigentlich vorher war wo ich noch gar nicht hin wollte und überhaupt keine ahnung wo ich da ne puppe wobei äh ich guck mal im feuerband frei mal gucken jetzt ist ja ein boss weg könnte sein dass da wieder irgendwo was neues zu haben ist ne puppe was denn für ne puppe he he komm her puppe he 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 äh äh was hab ich 25.000 kann ich bäh nicht da kann ich leveln mit 25 ne ne ich brauche 26 7 Sieben. Hallo? Ah, gut getroffen. Wie kann ich sein? Ähm, ähm, hast du eine Puppe? Hm. Sieht nicht so aus. Knochen und Waffen und so, das habe ich ja, Talisman. Nee, da gibt es keine Puppe. Das ist nur ein Helm. Eine Krone. Ashen 1. Äh, keine Ahnung, wo es eine Puppe geben soll. Hast du eine Puppe? Ah, da bin ich glücklich, Herr. Äh, der hat da noch dasselbe. Nee, das ist auch keine Puppe. Kann ich irgendwas verstärken? Nein, da brauche ich auch die Großen für. Äh, aha. Ja. Ach so. Okay. Okay. Gut. Ich kann es nicht selbst verstehen. Ich kann es nicht selbst verstehen. Ich kann es nur Ihnen zeigen. Es ist ein Spell, verbunden in der großen Schwamm. Und fast alle anderen auch. Ein nur ein, der schrecklich verabschiedet oder verabschiedet von tiefem Sorge, könnte... ...do nicht begonnen. Ja, ja. Bläh, bläh, bläh. Äh. Hast du eine Puppe? Oh, Champion of Ash. Willst du eine Geschichte hören? Äh. Äh. Wunder haben wir da auch dieselben im Moment. Heiligen Ring. Aha. Hm. Hm. Äh. 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 Er hat nur Waffen, 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 Waffen. Ne. Keine... Ding. Keine Puppe. Gehe. Herr. Hm. Hier gibt's auch keine Puppe. Auch nur dieselben drei Ringe wieder. Till. So. Na schön. Ist denn jetzt hier... Oben was Neues? Der hat rundes noch leeres aussieht. Der ist noch leer. Da ist nur der kleine König immer noch. Wie werden dann die anderen besetzt? Wenn ich Bosler vernichte und die kommen da nicht hin oder so? Hm. Merkwürdig. Na gut. Äh. Tja. Ne. Da kann ich halt im Moment nix machen. Ich müsste dann... Ja. Ja. Erst mal hier hin, ne. Hm. Na schön. Dann komme ich jetzt hier hin, wo irgendwelcher Krach ist. Schwiel in der See. Das heißt, hier ist ein See und... Ja. Ziemlich groß. Als wenn da so ein Uhrwerk läuft oder sowas in der Art. Kann ich hier hoch? Irgendwas aus Metall oder... Ähm. Okay. Ähm. Okay. Ähm. Da werden da schon wieder so riesen Pfeile abgefeuert oder sowas. Ist das Wasser? Jo. Immerhin kein GIF. Das ist ja mal ein Wunder. Äh. Ah. 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 Out. Blah. Hülse. Das ist doch noch. Komm gleich, ist hierher oder was? Große, es geht ja nicht her, ey. Aua. Warte. Oh, oh, oh. Blitzenlichter. Blitzende Würmer. Aua. Sag mal. Wie kommt das jetzt? Kommt ja überall hin. Äh. Gut. Dann dring ich nochmal ein. Äh. Glaub ich mal, dass ich hier jetzt auch überall laufen kann und nicht, dass irgendwo so ein Loch im Wasser ist. Oder so. Okay, das kommt von da an irgendwo. Oh, und eine Grabbe. Noch eine. Ja, super. Gleich drei. Warum sind hier Steine? Oder vier? Sind das drei, vier oder mehr? Ei, ei, ei. Und noch einmal. Okay, schon immer drei Teine. Dinger zu sein, die da reinhauen. Der liegt noch überall was oben. Auweia. Aua. Okay. Gebt es mir diesen ein oder geht man mir aus? Keine Ahnung, ist das jetzt ein neuer Ausgang her? Oh, 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 oh. Warte, warte doch. Nein, lauf nie weg, lauf nie weg. Äh. Ah, ich lauf nie wieder zurück. Haben wir dich? Habe ich dich? Ja, funge die da nicht. Hui, das war mir sicher sehr, sehr knapp. Ach komm, noch eine. Äh. Einmal ist gut gegangen, aber vielleicht kann die zweite mich ja in eine Falle locken. Man weiß es ja einmal nicht, ne? Äh. Hau doch nur einmal, hallo. Äh, okay. Ich gebe es auf. Äh. Ich weiß ja nicht. So ein großer Raum und dann... ...ist mit Sicherheit ne Falle. Okay, ich gehe hier mal am Rande und dann werde ich ja gewahr, ob hier jetzt was kommt. Ich meine, so ein großer Raum und dann soll sie hier alles einsammeln können, ohne dass da was kommt. Sehr verdächtig. Hey, ich gehe hier mal am Rande. Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Hallo? Hallo? Dann komm. Der hat vorhin mal keine Poppel. Man hört da was knüstern Könnte das die Große Tidenkwerbe Könnte das die Hengelbrücke sein Noch eine große Tidenkwerbe Ja wir können Feuer verstärken So wie die große Tidenkwerbe Okay Ja da oben ist die Hengelbrücke Alles klar Wirklich kein Gegner da Das ist ja mal Ganz selten Drei Sachen einsammeln Und es kommt kein Gegner Hätte er wetten können Da kommt irgendwas Aus dem Wasser und so Haha Krabbevieh Jetzt kommt dieses Gepolterding wieder Das ist nicht gut Aua Hast du denn nicht mal alles Pfeile in der Im Köcher oder was ey Okay Das Ding kommt von da oben Irgendwo Zweimal und dreimal Drei Mann Drei Mann Aua Drei Mann Funder Drei Mann Drei Mann Der solid Und als Sie normal wenn ich irgendwie euch dann mal was haben wir denn hier hallo da liegt auch noch was da hinten das eine treppe heute durchgang oder ausgang zu sein aber da waren ja schnell noch eine große direkwerbe aber da keine ahnung kommt man da irgendwie hoch weil da sind 34 oder wie viel kratten ich werde mich erst mal ich werde mich jetzt mal meine tränke hier wieder auf laden und dann gucke ich mal dahinten wo diese blitzwürmer da waren äh wie bekomme ich die denn jetzt kaputt warte mal ich habe diesen ein zauber könnte man genau kommen wir gegen feuer erhöhen das ist doch jetzt hier geht ja glaube ich jetzt mit so viel ja 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 ok oder ich würde mal sagen gut ja mal gucken erhöhe ich das erst mal wenn es geht so will ich weiß mein feuer zauber und dann machen wir erstmal schluss vor heute und diese blitzfecher die macht dann nächstes mal so das warst du hier ne ja wir haben sogar sechs stück halleluja feuer 132 plus 43 und und wo alles klar dann her mit dem ding so jetzt könnte ich natürlich noch mal so jetzt könnte ich natürlich noch mal aber ich glaube mein schwert kann ich auch noch weiter erhöhen was wäre jetzt besser mehr feuer fahren oder 140 bis 46 40 46 warte mal war für auf hier komme ich auf 279 was wäre jetzt besser ich habe ja unter anderem mehr gegner aus der nähe 19 schaden mehr und dann machen wir vorher auch mal nicht weiß es nicht ach komm wir machen erst mal feuer und irgendwann wirklich noch mal diese schwer bekommen ja kommt ist egal feuer verstärken hier kommen hau weg das ding so ich brauche mir groß alter 6 ich glaube es ja gut ja egal große werden wir bisher immer finden die dann nicht werden so 25 nein ich brauche mehr das waren 26 na gut nächstes mal so ihr lieben da draußen eine fernsegeräte oder wo auch immer ich reise hier zurück und dann mache ich nächstes mal in der nächsten folge diese blitzwürmer versuchen mal gucken aber da kommen ja von der anderen seite diese feilen oder eben seit mal gucken ob ich an diesen kratten da vorbeikomme na ja wie auch immer ich verabschiede mich für heute sage danke fürs gucken und dann halt bis zur nächsten folge bye bye